Vor ein bisschen mehr als eineinhalb Jahren haben wir die Fähre nach Schweden bestiegen mit einem One-Way-Ticket. Wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Wir hatten keine Pläne. Wir haben das ganze Land bereist und dann, wie es so kommt, sind wir einfach in Schweden geblieben und haben hier unser neues Zuhause gefunden und wir sind ausgewandert. Wir sind mit der Entscheidung total glücklich, aber natürlich gibt es zu allem auch Schattenseiten und Tiefen und Dinge, die nicht so leicht sind, wie man vielleicht anfangs gedacht hat. In dem Video nehmen wir euch mit auf eine kleine Zeitreise in unsere alte Heimat Deutschland. Wir haben nämlich eine Woche Urlaub mit unserer Familie verbracht. Und wie das immer so ist, wenn man zurück an alte Orte reist, kommen viele Gefühle und Gedanken auf. Drei Uhr. Die Firma rollt. Viel zu früh für den Scheiß. Zwei Uhr aufstehen, das ist so. Da ist es eigentlich besser, man geht gar nicht ins Bett. Zwei Stunden 59 Fahrt. Schweden und Deutschland liegen ja gar nicht so weit auseinander und trotzdem fühlt es sich für uns immer an, wie eine halbe Weltreise nach Deutschland zu fahren. Allein schon erstmal durch Südschweden durch, dann rauf auf die Fähre. Es ist echt immer wie so ein kleines Abenteuer. Obwohl wir ja so lange auf Reisen waren, bin ich dann am Abreisetag immer so ein bisschen aufgeregt. Und das hängt auch damit zusammen, weil zurück nach Deutschland fahren sich weniger anfühlt, wie nach Hause fahren oder in die Heimat fahren. Man würde ja denken, ah, jetzt kommt so ein Gefühl von Heimat auf. Aber es fühlt sich eigentlich eher an, als würde man in ein anderes Land in den Urlaub fahren. Wink mal! Grüß dich Gott! Servus miteinander! Oder wie sagt man hier im Norden? Moin Moin! Jedes Mal, wenn man von der Fähre runterfährt, ist es ein bisschen ein anderes Gefühl. Also als wir vor zwei Jahren drauf, also nicht ganz zwei Jahre, also vor anderthalb Jahren draufgefahren sind, da waren wir froh, möglichst schnell wegzukommen. Als wir dann, nach zehn Monaten wiedergekommen sind, war es auch noch ein sehr ungutes Gefühl, weil wir hatten ein bisschen Angst, nicht wieder rauszukommen und nicht wieder nach Schweden zu kommen. Jetzt ist es ein bisschen entspannter, sage ich mal. Es ist Sommer, ne? Wir haben die ID-Card. Wir haben die ID-Card, wir haben eine Personennummer. Wir sind drin. Witzig, weil wir sind ja damals von zu Hause weggefahren. Ja. Und heute sind wir wieder von zu Hause weggefahren, nur andersrum. Es ist immer noch seltsam, aber das war cool. Fahrt jetzt 120, obwohl ihr 130 ist und mehr brauche ich gar nicht. Mein Leben ist erfüllt mit 120. Einmal Schwede, immer Schwede, gell? Wo geht es heute hin? Zum Kuchenessen. Zum Kuchenzelt. An die Stallküste, heißt es hier. Daraus besteht unser ganzer Tag. Aufstehen. Essen. Irgendwo hinfahren. Essen. Spazieren. Essen. Heimgehen. Essen. Ich kann mich nicht beklagen, muss ich sagen. Und genug schlafen. Ja, auch mal geil. Moritz muss heute als einziger Radfahrprofi mit seiner unfähigen Familie Fahrrad fahren gehen. Ja, das ist ja wie in so einem typischen Tellschweiger Film. Ja. Sommer in Schweden. Und dann in so einem Scheunhaus, das gar nicht existiert in Deutschland. Genau. Was sich mit einer Auswanderung stark verändert, ist die Entfernung zur Familie. Also ich habe zum Beispiel mein ganzes Leben lang immer in der Nähe von Familie geboren. Es war immer jemand da. Und das hat sich, seit wir nach Schweden ausgewandert sind, stark verändert. Ich habe meine Schwester jetzt hier das allererste Mal nach einem Jahr wieder gesehen. Meinen kleinen Bruder nach acht Monaten. Und ja, obwohl Schweden nicht so weit weg ist, besucht man sich dann natürlich nicht alle zwei Wochen, weil jeder hat Pläne, jeder ist irgendwo anders, jeder macht ja auch irgendwo sein Ding. Und dann kommt man eben wieder zusammen, wenn es passt. Und das ist was, woran ich mich immer noch gewöhnen muss. Also das ist auch nach den anderthalb Jahren, wo wir jetzt schon on the road sind und dann nach Schweden ausgewandert sind, immer noch ein bisschen komisch. Aber es ist auf jeden Fall nichts Unüberbrückbares. Und ich glaube, wenn man dann die Zeit, die man zusammen hat, aber eben richtig genießt, nicht am Handy ist, nicht vielleicht noch die Arbeit dabei hat, dann ist das umso wertvoller. Trotzdem schwingt immer so ein bisschen Demut noch mit, weil man natürlich immer weiß, in fünf Tagen trennen sich die Wege wieder. Ja, es ist einfach eine andere Art von Familienkonstellationen auch ein bisschen, an die man sich einfach gewöhnen muss und was auch einfach Zeit braucht. Es geht wieder nach Hause. Was ist zu Hause für dich? Zu Hause bist du. Und Schweden. Ich und du in Schweden. Ich und du Müllers Kuh. Oh Gott, jetzt kommen wir in einen Krampf. Freust du dich wieder nach Hause zu fahren? Schon. Schon? Das ist schön. Ich freue mich auch. Weißt ja, dass ich am Abreisetag immer ein bisschen emotional, ja, psychisch labil bin. Ich hätte jetzt gesagt emotional, aber psychisch labil ist auch eine Beschreibung. Trifft sie eigentlich besser. Aber ich habe ja dich. Jawohl. Das ist die Hauptsache. Richtig. Was machen wir jetzt? Zwinkere in die Kamera. Weiß ich nicht. Ich werde mal deine Aussage untermauern mit einem Zwinkern. Alles gut. Wer schon länger auf unserem Kanal dabei ist und mich ein bisschen kennt, der hat vielleicht schon gemerkt, dass mir Abschiede nicht ganz so leicht fallen. Ich bin immer sehr emotional bei sowas. Aber diesmal war ich überrascht, denn es war diesmal nicht ganz so schlimm. Also ich war ruhiger, ich war positiver gestimmt, nicht ganz so traurig an dem Tag. Und das liegt daran, weil wir erstens in Schweden wirklich ein neues Zuhause gefunden haben. Also wir kehren nicht zurück in eine ungewisse Zukunft, wo wir von Airbnb zu Airbnb tingeln, sondern wir kehren zurück in ein Zuhause, in eine Struktur, in den Alltag, den wir haben, in dem wir sehr glücklich sind. Aber es hat auch damit zu tun, dass die Auswanderung mir auf jeden Fall gelehrt hat, mit Veränderungen leichter umzugehen. Und sich einfach darauf einzulassen, obwohl man nicht genau weiß, was kommt. Normalerweise nehmen wir ja immer die Fähre von Trelleborg nach Hostok und das heißt sechs Stunden auf einer Fähre rumsitzen. Und heute probieren wir mal die Schnellfähre. 44 Klo. Wie schnell ist das denn? Keine Ahnung. So schnell. Pow! Ich finde das witzig. Wie findest du? Ich weiß. Wellengang und Schnellfähre. Macht Spaß. Ihm. Mir nicht. Ich find's total geil. Es geht schon. Aber mein Favorite ist es jetzt nicht. Und ich reagiere nicht über. Die wurden gerade verteilt. Still kein Problem. Die Hunde haben ein bisschen Angst. Mit dem hast du mit, leider. Richtig. Der Ruf der Freiheit. Der Ruf der Freiheit. Swerier! Hey, Swerier! Wir sind zurück und es ist plötzlich Herbst. Es ist kalt, es schifft, es ist auch irgendwie gemütlich. Also ich freue mich ja jetzt schon richtig auf die neue Jahreszeit, sich ein bisschen einkuscheln mit einer Decke, ein schönes Teechen trinken. Ach, es wird schön. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mit dem Video rüberbringen konnte, was ich rüberbringen wollte. Manchmal ist es nicht so leicht, die Gedanken, die man in seinem Hirn hat, dann auch zu transportieren. Aber was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, Auswandern ist nicht immer leicht oder nicht immer ein smoother Prozess. Ich mag immer nicht, dass wenn Leute sagen, bin du mal länger in dem Land bist, da wirst du schon merken, was dir dann dort auch alles nicht gefällt. Das ist ja ganz normal. Ich finde, es ist schon die völlig falsche Einstellung, so an der Auswanderung heranzubringen. Es ist ja in keinem Lebensbereich so. Es gibt immer Höhen und Tiefen. Es gibt immer Sachen, die eine Challenge sind, aber auch Sachen, die wunderschön sind. Also ich habe noch zu keinem Tag die Auswanderung bereut und ich bin total glücklich drüber. Und womit wir immer gut gefahren sind, ist, nicht zu viele Erwartungen haben und einfach alles auf sich zukommen lassen und Schritt für Schritt gehen. Und das Beste, das Beste haben wir euch ja noch gar nicht erzählt. Wir haben jetzt ein schwedisches Kennzeichen. Das S steht für Schweden. Ich glaube, das ist mein Lieblingspart bei der ganzen Auswanderungsgeschichte. Mit dem Auto draußen rumfahren, was ein schwedisches Kennzeichen hat. Aber, Alexander, we're great, äh, things come great responsibilities. Wenn wir jetzt nämlich mit unserem Kennzeichen nach Deutschland fahren und uns aufhören wie die letzten Vollidioten, sagt jeder, die Schweden sind komisch. Richtig. Also, ab jetzt nur noch Serviösität. Ja, das probieren wir halt, ne? Und zur Feier des Tages, out of a big request, bringen wir unseren Allerweltsaffen-Call zurück. Da könnt ihr jetzt mal ganz einfach gesagt eine Stunde mit uns über Zoom quatschen. Wir beantworten alle eure Fragen rund um die Auswanderung. Wir haben ja wirklich alles durch vom schwedischen Personalausweis jetzt bis zum Auto-Kennzeichen und können euch dabei allen weiterhelfen. Also, wenn ihr Bock drauf habt, you find the link down in the description or in the first comment. And we will see you in the next video. Peace out. Ich war wirklich richtig auf die Autobahn, das glaubst du gar nicht. Musst du, wenn ich gerade um mich unterhalte, musst du mich nicht permanent ins Ohr seifen. Sie denkt, da gibt's was zu essen. Pusch. Ich hab Angst, dass die mich gleich angreift. Du spinnst doch ganz ehrlich.